Die Trave, der Segler Passat und neue Bänke, von denen man das maritime Treiben beobachten kann. Aber diese Bänke sind nicht einfach nur Bänke, sondern vielmehr die zuständige Stadt Lübeck. Kennt jemand Lübeck? Ich weiß nicht, wo ist Lübeck? Irgendwo am Meer, oder? Lübeck ist mächtig stolz auf die neue Errungenschaft. Die Bänke sind hinsichtlich ihrer Gestaltung eben keine Standardlösung, die man ansonsten aus dem Katalog bestellt, sondern eine gesonderte Anfertigung für diesen Standort. Die gibt es auch nicht. Ist der Schal dafür da, um die Körperkontur zu verschleiern? Oder meint ihr, das ist einfach ein modisches Accessoire? No hate, no hate. Nur so in Travemünde. Die Form der Bänke erinnert an Schiffe. Das Holz ist besonders edel. Diese exklusiven... Das sieht nicht edel aus. ...natürlich ihren Preis. Das Einzelstück kostet 20.000 Euro. 20.000 Euro, puh. Also bestimmt kosten Bänke Tausende, aber vielleicht nicht 20.000. Doch. Wenn man bedenkt, wie viele Bänke hier stehen, ich weiß es nicht, wie viel es ist. Wie geht das denn auch günstiger? Insgesamt kostet 580.000. Diese Frage muss man eindeutig mit Ja beantworten. Es geht günstiger. Die Frage ist, ob an dieser Stelle günstig wirklich das Bessere ist. Oder ob wir hier nicht eine andere Zielsetzung verfolgen. Das ist in meinen Augen hier Steuerverschwendung hoch 3. Ich weiß, dass Sie es in Lübeck nicht gerne hören wollen, aber ich bleibe dabei. Aber finden Sie erst mal eine optisch ansprechende Bank, die deutlich günstiger ist. Das ist gar nicht so leicht. Gut im Internet. Da gibt es auf einen Klick gleich mehrere Modelle. Wunderbare Bänke, die wesentlich billiger sind, aber die meines Erachtens bequemer aussehen, bequemer sind, aber nur für 1200 Euro. Doch billigere Bänke wären für die Stadt Lübeck teurer geworden. Denn für solche normale Sitzgelegenheiten hätte es kein Geld vom Land dazugegeben. Bei Standardlösungen gäbe es zumindest aus diesem Fördertopf nicht die Förderung. Der Topf dient dazu, dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und eine besondere Standortangepasste Qualität zu schaffen. Merke, wer günstig kauft, kauft alleine. Nur bei den teuren Lösungen schießt das Land 70% zu. Wir als Deutsche haben echt, ich sage mal, ich hänge ja viel mit Abis rum in VR-Chate und so. Und wenn man da sagt, dass man aus Deutschland kommt, dann ist das immer irgendwo was Besonderes so. Zumindest haben die irgendwie alle so eine gesonderte Meinung über Deutschland. Und irgendwo ist international Deutschland ja auch sogar irgendwie hoch angesehen. Und man redet von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und diesen ganzen Schwachsinn, Alter. Sind andere Länder so unglaublich noch viel inkompetenter als wir? Oder sind wir einfach am wenigsten inkompetent von allen? Beziehungsweise, oder überschätze ich uns als Volk, wie auch immer man das formulieren möchte. Keine Ahnung, Shit. Aber das kann nämlich wahr sein. What the fuck is going on, Alter? Kann der kleine Mann da auch ran? Dann würde ich sofort sagen, die sollen mein Dach abreißen von dem Haus. Neues Dach rein. Hab kein Problem damit, wenn sie es mit Blattgold machen, wenn die das bezahlen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, wenn es teurer ist, dann gibt es Fördermittel. Wenn es billiger ist, nicht? Doch, das ist der Sinn der deutschen Förderpolitik. Wohingegen Sitzen nicht der alleinige Sinn dieser Bänke ist. Das Ganze nur auf die Nutzung zu reduzieren, greift. Aber okay. Meinetwegen. Nette, kleine Sache.